Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme Let's Play Minecraft Together mit Schuzein. Juhu. Hallo. Hanni. Servus. Moin. Und Tag auch. Grüß Gott. Das auch, ja. Moin hast du schon, ne? Moin hab ich, ja. Ferti. Ferti. Was gibt's noch? Au revoir. Ach nee, das war was anderes. Das war tschüss, oder? Ja, was sagen wir hier in Italien? Sagen sie mal John Porno. Ave. Bon Giorno. Ave. Salve. Salve. Ja, ne ganze Salve. Ja. So, was machen wir? Wir sind ja die, wir sind Redstone Nobs. Ne, wie heißt das? Profis. Wir sind Redstone Profis. Profiler. Profiler, ja. Wir suchen den Redstone. Und wir müssen. Wir setzen uns in den Redstone hinein und verzweifeln. Ja. Permanent. Ich bin ja schon, ich bin ja immer schon, wenn es nur um Wasser fließen lassen geht, schon bin ich ja schon, bin ich ja schon immer überfordert. Was dann auch zu solchen Auswüchsen wie dem hier führt. Und jetzt habe ich voll vergessen, nämlich Cobblestone mitzunehmen. Scheiße. Ich habe. Hast du? Ja. Komm, schmeiß mich dich mit Cobblestone. Steinige mich. Kannst du mich, steinigst du mich? Ich habe das bestimmt in der Kiste jetzt. Ich habe es gerade hier. Nein, du hast das da hingeschissen. Nein, schrecklich. Hilfe. Aber du hast recht. Du musst den Schimpf von unten an die Kiste, oder? Tatsächlich in der Kiste. Ja, ich habe eigentlich. Also das funktioniert ja dann schon mal. Juhu. Das funktioniert. Ich bin auch schon ganz schön mächtig stolz darauf. Ja. Und hier kommt ja auch noch ein bisschen Kabbalin weg her. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine, dass ich mir vorhin nämlich in der Welt von Staffel 2 und 3 erfolgreich angeschaut habe, wie der Mar das fabriziert hat. Erfolgreich angeschaut? Ja. Und er hat da ja immer eine ganz eigene Logik. Das ist dann der Mar-Tologe. Der Mar-Tologe. Karl Lauer. Ich finde das gut, dass man sowas auch mal machen darf. Ja, das ist ja dann irgendwie mit Pisten so ein Blockdetektor oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas in der Art. Oder? Also irgendwo muss, jetzt bin ich mir fast sicher, dass der Raum zu flach ist. Dadurch, dass ich ja hier doch in die Höhe gehen musste, damit das Wasser richtig fließen kann, ist der Raum natürlich zu flach. Zumindest der hier. Also nur das, nur das Innere hier. Der innere Kreis. Der innere Kreis. Du bist im inneren Kreis. Im Kreis des Verhauens. Ja. Im Kreis des Schmerzes. Im Kreis des Schmerzes. Ich sag mal, da soll jetzt mal so ein Erdblock hin. Ich hab keine Ahnung, ob der da hin muss. Das ist jetzt nicht durchgestylt, nicht durchgeplant. Ich hab keine Ahnung. Also wenn da ein Erdblock hin ist und da muss dann, dann kommt da auch ein Erdblock hin. Ja, das macht soweit Sinn. Was? Sieht schon sehr professionell. Ich sag, das macht soweit Sinn. Ja, erstmal schon noch, ne? Ja. Und jetzt baue ich hier einen Pisten hin. Und hier baue ich noch einen hin, den baue ich aber gleich wieder weg. Weil hier baue ich nämlich einen Sticky drauf. Und jetzt baue ich den Pisten da drunter nämlich weg. Und hier wird gepflanzt. Da, auf das rechte Feld. Okay. Ich glaube, vielleicht müssen wir sogar noch einhöger. In der Hoffnung, dass ich da von oben jetzt nicht Wasser runter... Was ist denn da oben drüber? Ich hab durch den ganzen Berggehen irgendwelche komischen Wasserleitungen, weil ich immer das mit dem Wasser nicht so hingekriegt hab, wie ich das wollte. Weil ich zu dumm für Wasser bin. Für die Minecraft-Wasserphysik bin ich eindeutig zu doof. Aber sonst kannst du mit Wasser schon umgehen. Ich sollte eigentlich lieber Wasser lassen. Noch ein Kalauer. Also bei Zeiten, ne? Das sieht aber unglaublich professionell aus. Was ich hier fabriziere, ne? Ja, als ob du tatsächlich wüsstest, was du tust und... Ich muss mich auch... Mal sehen, wie lange es noch anhält, dass du noch weißt, was du vorhin gesehen hast. Ich muss mich auch echt beeilen, weil die Erinnerung verblasst schon. Sie verblasst. Und ich bin nicht glücklich drüber, aber sie verblasst tatsächlich jetzt schon. Oh, okay. So, ähm, badum, 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 badum. Eine Axt brauch ich ja wohl nicht. Jetzt muss ich mal eben hier oben irgendwie hoch. Bauen sie mir nach. Mist, wieso geht denn das? Ach, da ist so ein... Auha. Darf ich den da noch wegnehmen? Darf ich den da auch noch wegnehmen? Nein, den darf ich nicht mehr wegnehmen. Shit. Na gut, muss der vielleicht auch gar nicht. Soll ich da mal irgendwie hoch Wasser wegmachen? Tatsächlich muss hier noch einer. Ich geh mal hoch und mach mal Wasser weg. Nein! Das sind meine Leitungen, da fließt das Getreide durch. Das sind Getreide? Ich hab noch nichts gemacht. Ah, Gott sei Dank. Das sind Getreideleitungen. Das sind Getreideleitungen. Also Ernteleitungen. 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 Das ist aber... Lange Ernteleitungen. Aber die müsstest du ja theoretisch hier oben noch einen höher legen können. Was denn? Aber deine Ernteleitungen. Das ist eine lange Leitung. Solange sie unten wieder ankommt, wo sie ankommen soll, bin ich zufrieden. Musst du denn noch einen höher jetzt oder nicht? Was? Musst du jetzt noch höher oder nicht? Nee, nur nicht da vorne. Nur hier. Achso. Jetzt habe ich das ja auch schon alles. Jetzt ist ja auch schon alles quasi gut. Muss ich das nur noch verblenden. Verblendung. Gab es ja nicht auch mal einen Film? Verblendung? Prothese? Irgendwie schon, ja. Irgendwas? Keine Ahnung. Also irgendwie, ich baue das hier jetzt einfach mal dicht. Ich weiß nicht, ob das dann, wenn man das zu dicht baut, noch funktioniert. Aber das ist mir jetzt auch erstmal wumpelig. Oh nein! Das, der muss da weg. Okay. So. Der darf da nicht hin. Gut, in Ordnung. Du erklärst mir das dann bestimmt gleich alles hier, ne? Ich erkläre dir das alles. Ich habe keine... Was soll ich dir erklären? Wie das funktioniert? Warum das funktioniert? Ja, erstmal abwarten, ob es funktioniert. Ich kann dir das nicht erklären, hallo? Ich kann dir das nicht erklären. Wo ist der Mar, wenn man ihn braucht? Der Mar ist nicht da. Auch wenn man ihn braucht. Also meistens schon, aber heute nicht. Ja. Ich habe gehört, da soll sowas wie arbeiten müssen. Ja. Kannst du den ganzen Tag mit versauen. Das sehe ich auch so, ja. Äh! Ah! Ach, das war dein Inneres. Igitt! Gehre dein Inneres nach außen. Ja, das war gerade so. Das war kein schöner Anblick. Das war sehr grell. Du warst zu helles Haar. Ja. Güldenes Haar. So, jetzt muss ja im Prinzip... Sieht das ja immer noch blöd aus hier. Wird das ein einziger? Was denn? Das für einen einzigen... Kürbis oder Melone? Jetzt habe ich ein... Ja. Jetzt habe ich doberweise einen Glowstone verbraucht. Geht das jetzt? Scheint zu gehen, oder? Immer wenn ich da einen hinsetze... Ja, das ist doch gut aus. Das braucht man, das da ja nur noch ein zweites Mal nachzubauen. Und dann... Ich pflanze da jetzt mal Melonenkerne rein schon mal. Ja, kann man die nicht auch hier mit Knochenmehl... Was denn? Kann man die nicht auch mit Knochenmehl wachsen lassen? Möchtest du das mal ausprobieren? Ja. Hast bestimmt Knochenmehl dabei. Ich habe Knochenmehl dabei. Ich hole jetzt einmal Glowstone und ich baue eine neue Hoe. Und wir sollten uns vielleicht ins Bett legen. Okay, ich komme. Und ich sollte vielleicht auch einfach mal die Stoppo wieder anmachen. Ich vergesse... Immer vergesse ich das. Unglaublich. Ja, ich weiß nie, wie lange ich aufgenommen habe. Und die Leute sind sich meistens, glaube ich, einig. Viel zu lange. Okay. Ich öffne dir die Tür. Ich schließe sie auch hinter dir. Okay. Und hinlegen. Hinlegen. Sommer. Schlafen. Schlaf, Sommer, Schlaf. Ja. Der Schuh sein ist ein... Tampeltier. Ist sehr brav. Oh. 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 Was denn? Einfach nur, dass ich brav bin. Ja. Das ist so schön. Ja, ne? Okay. Hast du... Hast du... Hast du... Ich baue mal eine Hoe. Ich wollte eine Hoe bauen, glaube ich. Ja, wolltest du. Mhm. Hätte ich fast vergessen. Ich habe jetzt auch mal in die Eisenhoe investiert. Eisenhoe, der Schwarze Ritter. Oder wie war das? Nee, das war Eifenhoe. Eifenhoe. Ja, Eisenhoe hat auch, glaube ich, noch nie jemand gebaut, oder? Eisenhoe. Weißt du? Eine Diamanto. Irgendwann baue ich mir mal eine Diamanto. Eine Diamanto gab es, glaube ich, schon. Weißt du, so etwas baut jemand? Ja, eine Diamanto gab es, glaube ich, schon. Verrückte. Verrückte Welt, ja. Hast du auch hier so einen Kern dabei? Eine Kernschmelze? Nein, so einen Dingskern für Lohn. Ja, habe ich von jeder Sorte Kürbis und Melon. Bist du schon wieder unten? Ich bin runtergelaufen. Oh, ich folge dir. Ich folge dir. Oh. Lalalalalala. Jetzt kann man runterfallen. Da muss man das nachher nur noch schön machen. Dann können wir ja ein Fenster reinsetzen. Oh ja, Fenster. So, jetzt habe ich das geholt und jetzt packe ich da mal... Zack. Äh. Zack. Da sind sie. Oh. Oh. Pack schneller. Jetzt wird er nicht mehr. Nee, ja, dann müssen wir wohl doch warten. Dimm, 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 dimm. Äh, und ich glaube, wir müssen den Raum noch einen tiefer buddeln. Also einen nach da, glaube ich noch. Weiter. Plus Wand, also zwei nach da. Aha. Zwei nach da. Und dann, das heißt das auch. Jetzt muss ich mal eben. Äh. Ich esse in der Zeit was. Ja, das finde ich, glaube ich, total in Ordnung. Äh, ich habe kein Kabel. Hast du Kabel? Ja, okay. Sollte reichen. Fünf Stück, sechs Stück. Reicht mit Sicherheit. Ui, da ist noch ein Kabel. Was? 22 war's. Jetzt müsste ich aber richtig... Ich habe 34. Aha. Musst du das jetzt trotzdem noch bis dahin? Ja, tut es gut. Habe hier nichts falsch gemacht. Holla da, holla da, holla ding. Ist das jetzt eigentlich ein Kürbis oder ist das eine Melone, die du gepflanzt hast? Oh, ähm, das ist, weiß ich nicht. Das müssen wir nachher gucken, wenn es geerntet wird. Ich weiß das tatsächlich nicht mehr. Das wird hier aber eng mit den Wasserleitungen, glaube ich. Ach, das gehen wir hin. Meinst du? Weil hier ist nämlich schon Wasserleitung hin. Tach. Ah, meinst du? Außerdem, das wird ja eh verblendet. Was soll's also. Ja, genau. Also von da her. Hey, hallo. Also wirklich. Aber ein bisschen schicker soll's natürlich nachher dann schon auch aussehen, ne? Da schwimmt ein Erdblock weg. Ich habe ihn gefangen. Brauchst du nicht. Der landet im Dispenser. Ach, kommt da von überall alles zusammen in diesem Dispenser? Alles, was geerntet wird oder so, kommt in den Dispenser. Und aus dem... Quatsch, in den Dispenser. In den... In den Trichter. In den Trichter. Hopper heißt er, glaube ich. Und von da aus in die Truhe. In den Hiphopper. Hiphopper. Geil. Wo bist du nun jetzt? Ich bin... Ich schwimme hier durch deine Kanäle. Ah, da bist du. Geht's? Ich wollte mir mal den Hiphopper angucken. Okay. Ich werde mich dann gleich mal bemühen, das nochmal hinzukriegen, was ich hier einmalig schon verbrochen habe. Das sah... Der erste sah schon echt gut aus. Der erste sah schon fast gekonnt aus, ne? Ja. Als wüsste der Sommer was... Oh, shit. Nein, was hast du getan? Nix. Ich hab da nur einen Block hingesetzt, wo er nicht hin soll. Das war natürlich ganz schön doof. Aha. Aber so kennen wir das ja nicht. Ganz schön doof. Ganz schön doof kennen wir doch, oder? Ganz schön doof kennen wir. Ganz schön doof. Ganz schön Sommer... Ähm... Wie bitte doof sein und Sommer sein ist eins. Lalalalalala. Zack. 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 Pass doch mal auf hier. So, ob das jetzt schon funktioniert? Ich denke nicht. Vermutlich nicht, ne? Sonst müsste man ja den anderen Kram drüber rum alles gerade gebaut. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich das gebaut habe. Guck doch nach. Ja, muss ich irgendwie auch. Ähm... Das ist schon mal so. Irgendwie... Oh. Ja. Irgendwie? Ja, doch. Haut hin. So, irgendwie... Wenn doch da mal was wachsen würde. Irgendwie so. Irgendwie so. Oh nein, da habe ich einen Erdblock zu viel weggeblockt. Nein. Weggemacht. Zack. Ja, ich glaube hier muss wohl Redstone schon mal hin. Nein, da doch nicht. Da muss der hin. Und ich glaube da muss dann der... Wirfst hier auch die ganze Zeit mit Blöcken um dich. Was? Du wirfst hier die ganze Zeit mit Blöcken um dich. Ich habe gerade aus der Truhe... Anderthalb Stacks Kammes durchgebrüht. Du brauchst die ganze Zeit welche. Was ist passiert? Wasser. Wasser war das. Au. Jetzt, äh... Wird's knapp hier, wa? Wird's irgendwie knapp, ja. Aber das muss... Irgendwie muss das passen. Das passt schon irgendwie. Klar, das passt immer. Irgendwie passt das. Der muss da weg. So, hier müssen zweimal Redstone hin. Noch kann ich es auch nicht. Ach, der muss da auch weg. Gut. So. Dann da, dann da. Ach, dann müssen wir halt hier so ein bisschen improvisizieren. Improvisizieren. Zack.